Ok Yes Auto-Balance, das ist immer ein bisschen seltsam angezeigt, mit der Auto-Balance Wenn man wenigstens wisst, was das machen wird Ja, das gibt den Bonus Zeigt ihr Bonus oder nicht? Den Bonus oder den Malus? Zeig dir die Runde Ja, Rettung oder Nest? Pest oder Cholera? Nest, ey, besser Ist einfacher, finde ich, insgesamt Wir wollen ja auch gewinnen, du war? Ja Letztendlich ist egal, letztendlich ist beide Letztendlich haben wir Raspberry auch gewonnen Ja, aber da war es Monster auch scheiße Muss ich dir schon sagen Sentry Guns, Defend Areas ergänzt man sehr Das ist natürlich in so einem Nest-Modus ziemlich bescheuert Sentry Guns Das wäre cool, wenn sie genau lieber Eier spawnen würden Da hätten wir lieber doch die anderen Modus genommen Da haben wir nicht drauf geachtet Ja, ich habe gesehen, dass die Sentrys kamen Am Ende raus, aber ich wusste nicht Das da direkt angezeigt wird Weißt du? Das, was unser, was unser Bonus ist Ja, es hat je nach Map Ja, es hat je nach Map Das finde ich ja gut, gut zu wissen dann auch wieder, ne Wieder was wieder was gelernt So sieht's aus Anscheinend spiele ich wieder Hank Oder? Naja, meine Tastatur färbt sich ja immer ein Nein Jetzt ist sie gerade Nein, ich bin ja krass Ich muss meine Rotation umstellen Ja, weißt du noch in der Beta, wo ich einmal Maggie nicht bekommen habe Obwohl Maggie nicht besetzt war Und Maggie meine Top Priority war Das fand ich ein bisschen krass Sogar die NPCs haben mehr recht als ich Ich glaub, der sitzt Trapper Ich hab schon auf Bestätigung gedrückt Ich hab schon auf Bestätigung gedrückt Äh, ich hab auch schon bestätigt Kann man den tauschen? Wack halt Aber ich seh's halt Ja, ich Ne, wenn du nicht willst, muss ich hier da getauscht Aber Ich weiß noch nicht, wie ich glaub du kannst Hot Trades Hier ist Evans Starflieger Mitchell Sitze auf dem Treibstoffturm fest Hab keinen Sprit mehr Hab keinen Sprit mehr und kann auch Mal gucken, was jetzt besser macht Ich glaub ja auch Nest haben wir ja gewonnen Nur Defender mal Ach so, ist jetzt wieder Ah, okay, ist jetzt Das war die Runde, wo wir verloren haben Nachdem, wo das passiert ist Genau, bloß halt im anderen Modus Jaja, ich weiß gar nicht, was passiert denn jetzt Ja, ich denk mal, dass du dann Ich krieg's, weil ich krieg schon ein eigenes Monster Ne, ich denk mal, dass dann halt ein Jäger die ganze Zeit rumfliegen Und das Monster spottet In der nächsten Runde Also ein Ding, so ein Flieger halt Weg Respekt, weg Respekt, wenn Schürsing Okay Wenn er sich nicht so viel bewegt hätte Ja, das war irgendwie widerlich Also mein ich jetzt Backspace Die Taste bei Enter, ja Ich nehm an, das ist noch So, DestroyDX aufteilen oder was? Ich geh nach da hinten Der kommt nix Achso, ja, ich wollt grad sagen, ich folge Daisy Aber, äh, ja Kommt einer mit mir? Oder bin ich jetzt alleine? Ich hab meinen ersten Strike gemacht Ja, eigentlich musste ich dir folgen, weil ich brauche eigentlich deine Marks Um Damage zu fahren, aber Ich bin kein Redding, ich bin Hank Achso, ja, ich bin jetzt bei Patrick Patrick kann ja dieses Schild abknallen Weil das Schild abknallen, das Schild entfernen Oh Gott, der erste kriegt halt gar nix weil der jetzt nur rauskommt Ja, schuld noch die Bissbiene hin, damit wir so bisschen Oh, die Tür könnten dann weniger, was für Recht Oh, der Flammenwerfer von Hank, der geht schon gut ab, na? Ja, mein fucking Ich hab noch ein Eifer nicht mehr. Die fucking wild life. Ach, da ist ja noch ein Vorteil. Sollen wir helfen oder... Wie sieht's für euch aus? Geht schon. Ich hab ja ne große Wumme. Okay, dann folge ich weiter Patrick. Ja, he dead. Damage output increase. Das ist natürlich praktisch. Ei hinüber. Ei, ei, ei vor Porten. Ei, ei, ei vor Porten. Ei, ei, ei vor Porten. Ich bin mit Medic unterwegs. Passt schon. Gehst mit Medic durch die Clubs und... Bei Bow, Bow. Granate gebaut. Sehr schön, schöne Granate, Patrick. Super. Du musst der beste Granatenwerfer. Ja, ganz ehrlich. Hast du Predigt? Hast du Predigt über das Eier hin... Wer hinläuft? Ei, 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 okay. Der Erzberg ist echt praktisch hier in dem Modus. Ja, das glaube ich sofort. Kann doch super direkt hoch werden. Ah ja, aber manche Geschütztürme sind hier in der Nähe von den Eiern. Das heißt, wenn das Monster versucht, die Ei... Äh, die auszubrüten... Oh, okay. Dann könnte es halt sein, dass die Geschütztürme da ein bisschen draufballern. Echt, ja. Also ich muss sagen, das, was für die Fans bei uns extrem unfair fand, fand ich das für das... Die Runde für das Ei... Äh, für das Monsters Ei. Für das Ei. Für das Monster etwas unfair, hm? Ja, ihr wisst ja, Hitler hatte nur ein Ei, ne? Ja. Aber guck mal, Geschütztürme Wir machen auch die ganze Zeit... Nach der ganze Zeit, dass er das Walten einfach platzt. Oh, hier ist unser Monster. Ja, ihr macht das schon. Ihr kommt schon damit klar. Er atmet Feuer. Oh nein. Was? Die Frage, das kommt hier klar mit dem Monster? Das war's. Nicht wirklich, aber ich würde mir verlangen, ne. Das greift es uns an, sonst. Und ich kann ja kein Erstfall jetzt... für das Ei leider. Aber macht der mal die Eier! Dann geht du hier, mach die Eier! Mach die Ei. Dann mach die Eier! Mach die Eier! Dann mach die Eier! Mach die Eier! Mach die Eier! Ich weiß noch nicht, ob das... so viel damage mache ich halt nicht, wenn dann... Das geht so. Jetzt, weil ich hilf. ach das jetzt schon patrick patrick wir machen das besser wäre es einfach abholen ja gut patrick das recht ich hätte hingehen sollen leider bin ich in dem ein bei dem einen gewesen wo es kein wo es kein erstgeschützturm also kein erstwerk möglich ist an der stelle ja aber es wird ja von einer lebensenergie noch ganz gut aus ja wir krauten sie gegenseitig die eier ich schiede sie und sie halt mich und das monster steht daneben und sagt dann gibt es das nicht von ihnen machen sollte ja wollte ich gerade sagen wir machen hier xp auf das der sie kommt euch zur hilfe er sie will retten rösten er macht jeder sei einfach haben wir haben das eigentlich ja gut okay würde gerade recht ich war eigentlich war eigentlich da hier war eigentlich durch das monster nicht mehr auf uns auch gehen wir können nichts machen der fährt jetzt eine runde achterbahn ja der fährt eine runde achterbahn genau jetzt siehst du immer so wiii ja okay nächste runde gibt es kein monster auto ja sind 25 meter ungewollt wie gut 20 meter geschwommen ist genau dein humor ich habe ich habe ich habe auch packen ich will gar nicht ich will gar nicht es geht aber auch so schnell auf der map als hängt du kannst du alles außer heile kannst du total hochlevel ja selbst heilen auch ich weiß ich weiß nicht ob die beschädigt sein müssen für man hier da steht nur heile mit der gun ich weiß wenn er voll ist dann heile ich ja trotzdem mit der gun mir geht er gar nicht nicht der gun so was kriegen wir denn jetzt eigentlich was kriegen wir denn jetzt eigentlich als bonus ich denke mal der dick das dropship das da rumfliegt und die gegner absucht und uns bescheid sagt Wavedrad machen wir Rescue oder Hunt 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 ne oder ja ich bin auch für Ethan Hunt For Li For Li Ah das Monster darf auch wählen ich bin immer das Monster Das Monster wollte bestimmt Rettung machen bevor die Gefangenen retten die Leute retten ja ich will doch nur die Leute retten Klageschipp verschlossen ja tatsächlich okay oh ist ja gut hast du das gewusst oder hast du es geschätzt ich habe geschätzt das da halt weil es ein Treibstoffdepot für Flieger irgendwie ist dass da halt ein flieger dann rumfliegt dann auch ein monster oben mit dem scheiß flieger kannst du das monster aus dem flieger kaputt machen und dann auch so weit das monster bekommen springst du hoch packst du ein ding dran holst du das schiff runter hast zwei zusatzmonster das land ist in god hat reingeladen und dann starten einfach weg zu fliegen zurück jetzt einfach über die map mit dem golyard damit auch damit auch was von der welt ziehen ja richtig also wenn er gleich wieder den medic zum traden hat dann würde ich dann mit dir traden keine ahnung wir gucken mal wie das geht gesagt okay ich hab heng macht spaß heng finde ich cool ja heng macht auch spaß an sich aber ich will ehrlich gesagt erst mal eilen jetzt hochwerfen weil ich will halt satzlos haben ja wohin geht eigentlich der erste hätten wäre das nicht an generatoren block machen das wird kein schaden kann das sein ich sehe dass alle menschen sterben aber nicht alle leben wir haben dinge gesehen mein freund aber das gibt mir nicht wieder hoffen dass wir es nicht sehen können im normalen hand nur los das hier ist genau das richtige leben für mich und für dich direkt zum netzen dinge rennen jetzt wollen wir wieder mitten in der pamper warum ist das bieb so scharf auf diese leute in der jetzt wir gut nächt hier sind hier 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 Was ist bei mir hier oben? Ja, also der erste Strike kann ich gegen den Rust vergessen. Mich auch bitte nicht schäden, wenn ich unsichtbar bin, sonst weiß man wie ich bin. Ja, hast du einen Healboost oder so? Nee, gleich wieder. 2 bis 3 bis 4 Sekunden. Äh, jetzt. Wie viel Zeit haben wir noch? 3.50, okay. Der hier benutzt den Aschert kriegt rein, ja. Hat er sich einen von uns geholt? Nee, ne? Das ist schon ein Aufladen, da ist er wieder. Vorsicht, Airstrike. Ja, oder? Das Monster ist der mich runtergefahren in das andere. Er ist es wieder. Ja. Ich bin erfuhr, dass ich keine kleinen Waves mit den A-Vs. Ja. Ja. Ja, das ist ein Aufladen. Ja. 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 Ohohohohohohoho! Hat er einen? Ne, ne? Ne, hat er nicht. Fühlst du dich besser? Naturlich tust du das. Jetzt verstehe ich doch die Granaten von dem 1. Von dem AOV. Die sind so... Hier, hast du Earthstrike? Ja, habe ich. Ich würde aber erwarten, dass die hier am Generator dran sind. Die beteiligen sich jetzt bei der Linken. Hat er einen nicht? Ja, hat er nicht. Wolle ich nicht kommen? Ich mach, ich mach, ich mach, ich mach. Feier! Ich komm zu mir, Patrick. Ja, du bist schon. Eine Minute 44. Kann ich eigentlich auch lebende Rissen? Und dann irgendwie heilen? Nee, ne? Kann man stehen kurz. Oh, hier ist er. Ist wieder hier gerade durch. Von vorne. Wenn er zusammenkommt, ich hätte noch... Wenn du Patrick auch hier kommst. Okay, jetzt haben wir noch. 1 Minute 20. Komm, sie schaffen. Ich würd sagen, 1 Minute 20 ist ja wohl... Liegt der hinten wieder. Ich checke die in der Planate. Ah, jetzt gefährlich den. Jetzt kapiere ich den Charakter langsam. Ja, er kommt rein von der Seite. Mein Gott. Da war ich den Charakter erst weg. Das ist der Hit. Macht es. Oh, der ist bei mir. Da war er bei mir. Da war er bei mir. Da war er bei mir. Und da. Da ist. Da geht es los. Da geht es los. Brauchste Heal? Kann ich auch ausheilen schonmal ein bisschen? Ja, nice. 30 Sekunden. Das schaffen wir ja wohl. Aber wenn man sich alle instant tötet... Wer dann nicht. Ich bin immer noch getötet. Das ist glorious. Das ist richtig cool wäre, wenn du einen ancharfst. Und in dem Moment auf dich selbst den Scheiß erst wegwürfst. Ja. Fahrzeug so, YOLO! Ich bei mir. Ja, okay, bei 7 Sekunden, ne? Knock, knock. Mit genannt seinem Begriff. Ich schaffe es sie alle. Ach, ich dachte, ihr macht einen Scherz von wegen veganer Polizei. Jetzt habe ich das Cheeseman gerade aufbekommen. Es gibt ein B-Night, Geneside, Kill glue 3. Die Bratner sind ein B-Night, 2-2. Multiplayer Winner in Defense. In der Verteilung möchten die Ammonen. Ja das Wrave ist wirklich nicht gut für den Bonus. Gibt es, da gibt es keine Animationen, wenn der gewinnt? Doch, kommt danach. Kommt der jetzt- 4600 EP. Geht wieder mindestens 2 Level, glaube ich. Ja. Jetzt wird der ganze Planeten gesprengt. Auf einen Planeten in dem Universe kommt man sich Warum sind die überhaupt nicht in den Landen, meine ganz gute Frage Warum? Ah, wir sind doch da, okay Wauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwau Schmmt, das ist ein Gästeil, das ist ein Gästeil Ja, du bist cool mit dem ich die Wände schließen, dass ich schlafe Das sieht schon besser aus Das ist super, aber ich meine, die zwei der Medics halt scharf hübschen, die dritte sind genau das Gegenteil. Mit nem Granatenwerfer, irgendwie, fast schon. Naja, aber die gewinnen auch nicht, die gewinnen auch nicht wirklich. Ha, das sah jetzt nicht so gut aus. War halt nicht so überzeugend. Nee. Will not speed. Braucht wieder scheiß jeden Keeper-Farm im Endeffekt. Schattensresistenz. Hier zu Hunters, das ist nicht mehr. Achtung mal. Ah, kein Level 9, schade. Boah, wir führen doch 70 EP für den Level ab. Was? Wieso bist du schon Level 8? Ich bin weiter von Level 8 entfernt. Übrigens doch, ich schalte den neuen Heiler übrigens frei, nachdem du die ersten, nur das erste freigeschaltet hast, ne? Erste Stufe. Okay. Darf er nur 10 Euro für die Preordern wirklich nicht, ey. Ich bin ja wirklich fix. Ja, aber die Frage ist, sind es wirklich einmal nur die Freischaltung, oder sind das die nächsten drei Hunter, die sie entwickeln? Nee, das kann natürlich auch sein. Weißt du? Naja, aber es gab definitiv ein Pre-Order, dass alle drei Hunter automatisch freigeschaltet sind. Das steht schon mal fest, aber das kann natürlich auch sein, so gut. Was muss ich eigentlich machen nochmal? Personal Cloak, Cloak Revive, 7 Creatures. Achso, genau. Das war's. Ey! Eins verloren, egal. Ja, aber ich würde sagen, eins verloren ist ja. Sehe ich Metal of Honor eigentlich nur bei mir und mich selbst, oder bin das wieder ich? Sehe das wieder alle, dass ich das bin. Wo siehst du Metal of Honor? Ehrenmedaille green. Ehrenmedaille green. Red is red. Wo steht das? Achso, Ehrenmedaille green. Okay, okay. Mitten im Bildschirm. Ja. Tu mal jetzt, tu mal nichts, was würdest du das nicht sehen? Wo steht das? Wer hat gesagt, dass du hier die Ehrenmedaille kriegst? Wer ist denn dieser green? Das kriegen schon immer die Medics, damit mehr Leute Medics spielen. Ja. Bleiben wir drin? Ja, ich würde sagen, oder? Ah, der Modus ist echt klasse für mich. Der ist gut gemacht, ja. Dann packe ich mal wieder den Trapper auf die 1. Der ist unser Trapper weg, unser exzellenter Trapper. Nein, also der Ape ist echt gut, also der Charakter ist echt gut. Ja. Der Slow ist echt praktisch mit der Granate. Kurz, AFK. Aber ich will kurz warten, bevor wir jetzt... Oh, er hat mal Zeit.